So, jetzt richten wir das Ganze wieder hübsch an. Ihr wisst ja, Tino anrichten, das macht mir am meisten Spaß. Und das zeige ich euch jetzt. Let's go! Bis zum nächsten Mal. So, das war's von hier. Ihr seht, die Küche sieht aus wie Schlachtfeld. Egal. Ich muss, glaube, langsam mal einen Spüler engagieren. Aber ja, ihr seht, dass auch ohne Fleisch essen mega geil sind. Und ich habe hier wieder meine ganze Liebe reingesteckt. Das Essen riecht geil. Es sieht mega aus. Und es schmeckt wahrscheinlich da Hammer. Versucht es einfach mal nachzukochen. Mehrere Leute haben mir schon geschrieben, ey, was soll ich da nachkommen? Ich kriege da nicht mal irgendwas zusammen. Ist auch gar nicht schlimm, weil ich will euch einfach mal zeigen, wie geil kochen sein kann. Wie geil ich das mache. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Deswegen sage ich jetzt einfach nur, Tino Fresh Food Customs verabschiedet sich für heute. Und guten Appetit. Haut rein! Tino Fresh Food Customs verabschiedet sich für heute. Tino Fresh Food Customs verabschiedet sich für heute.